Hey! Wie geht's, Chips? Die Blutung ist gestoppt. Sein Zustand ist weiter kritisch. Aber wenn's so bleibt, wird alles gut. Sehr schön. Danke. Mir tut das alles echt leid. Ich lass dich wissen, was läuft. Die Aufregung legt sich langsam. Ja, das hoffe ich. Oh, Luanne hat angerufen. Da gab's irgendeine Schießerei auf dem Parkplatz vor dem Studio? Ehrlich? Ich liebe dich. Solltest du auch.